Tick, 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 Tick! Tick, 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 T Hallo. Jetzt kannst du bremsen. Bremsen. Weiter laufen. Durchziehen. Durchziehen. Perfekt. Jetzt fein bremsen. Fein bremsen. Bremsen. Durchziehen. Weiter laufen. Perfekt. Bravo. Pass auf, wenn ihr nicht schnell durchgeht. Genau. Innen sieht der Baltik. Dusserseit der Mütze. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Stopp, 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 Stop Also, die Brennstellungsform behalten, und der Waldkast gehst links über die Kante raus, das ist jetzt der Wind vom anderen Steigen raus, ein wenig links rausheben, raus auf alle Ecken halten. Jetzt merkst du, dass hier der Gegenwind ist vom anderen Steigen raus. Jetzt lassen wir ihn mal richtig steigen, jetzt würde er eindrehen, dann gehst du gleich nach hinten raus. Jetzt lassen wir ihn mal steigen und spüren, wo der überall ist. Und dann gehen wir 90 Grad nach rechts. Jetzt kannst du 90 Grad nach rechts. Wald entlang. Jetzt kannst du links eindrehen, mal drehen. Super, schöne Zeitlupe, dranbleiben, schön und weiterdrehen. Jetzt hier bist du rausgekitt, weiterdrehen, jetzt kommst du mit rein, jetzt nachher zentrieren. Ich will gleich ausfliegen, einlegen ging noch, weiterdrehen. Schön rund, weiterdrehen. Zeitlupe-Bewegungen, nicht hastig, einlegen, Hände hoch, bremsen, weiterdrehen. Schön rund. Zeitlupe-Bewegungen, nicht hastiges, einlegen, Hände hoch, bremsen, und anfangen und weiterdrehen. Schön rund, so zur Seite, schön kontrollieren, dass das Tempo nicht viel zu grob wird. Zeitlupe-Bewegungen, und rein sitzen. Die Fremdstellung stimmt so. Ich schaue gerade aus, wenn wir mal ein bisschen mehr nach links kommen. Ich zeig mir schon immer, was ich jetzt links ziehen. So geht aus. Jetzt möchtest du hier den Gegenwind, dass wir einen anderen Tag rausgehen. Endlich ein bisschen mehr nach links halten. Ja, so geht aus. Jetzt kommt nach unten. Wollen wir noch alle steigen. Links einlegen. Links einlegen. Und drehen mal links. Dossenseite gespürst du auch. Jawohl, das Übergewicht verlagern, weiterdrehen. Steffel. Dossenseite gespürst du. Schön einlegen, die össere Seite spürst du. Und weiter, schön rund, weiterdrehen. Einlegen, was du machst. Einlegen, einlegen, Ende hoch, bremsen, weiterdrehen. Schön rund. Noch mehr Zeitlupe-Bewegungen. Super. Halmer Steffel. Schön dranbleiben. Das war Gastlupe. stilletrehen! Stopp! Stopp! Warte! Ja gerne! So runter gehen So schön Jetzt ein Secken bis es genügt Becken bis es genügt von Warten Genühtlich ein sitzen Schon viel besser gewesen Super Schöne Und nach rechts Links gelassen Und nach rechts Schöne Jawohl! Super! Bitte rechts Schöne Okay. So, ruhig, 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 bremsen und abflücken, locker, ja, nicht zu viel bremsen, jawohl, ja, ist super gewesen. Soll ich die Arme schon nebenan halten, lasse ich alle hängen. Die Fussage des Berghalsen auf Nord Stream, Omoch, und aufgrund von Körner am Radium. Wir sehen uns, wie die Körner haben. Der Körner hat uns am Körner. Der Körner ist weiterer. Der Körner hat uns an den Körner vor. Ihr müsst es hören, nützt ihr noch mal. Ja, mal aufrecht, durch die Pucke. Super, Aschi, Hammer! Hey, Hammer, Starttaschi, super, bravo! Gehst du gerade so über die Hütte? Wenn du hier hinten kommst, ist Fähranflug. Also, wie gestern übernehmen, da ist der Schirm auf der Bremse. Also, wenn du hier hinten kommst, ist der Schirm auf der Bremse. Also, wenn du hier hinten kommst, ist der Schirm auf der Bremse. Also, wenn du hier hinten kommst. Jetzt ist er noch mal den Hütte, weil du hier hinten baut. Jetzt ist er noch auf der Bremse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt würde ich hier weiterlaufen, sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.